Hallihallo und herzlich willkommen zum kleinen hoffentlich Making-of des neuen Intros und womöglich vielleicht auch Outros. Ich habe mich jetzt hier gerade mit einem Stack und noch irgendwas hochgebaut, denn ich habe nämlich geplant, jetzt muss ich mal kurz meine Rüstung gleich mal ausziehen, nicht dass ich das vergesse, ich habe hier diesen Mod installiert, dass ich hier, wenn ich O glaube ich, ah ne, O ist Ding, wenn ich quasi hier P drücke, probieren wir das Ganze mal, machen wir es mal so, so, also müsste P sein, genau, und jetzt müsste ich hier rein theoretisch einfach nur zu Home2 gehen, mir da kurz eine Fackel holen, ich dachte eigentlich, ich müsste runterspringen, aber dann machen wir ja kurz mal hier diesen, ich weiß, das ist verboten, aber ja, ich darf das, sage ich jetzt einfach mal, Essen tue ich jetzt mal nix, weil wir eventuell sterben werden, das heißt, ich packe dann hier schon mal den ganzen Sand wieder weg, Ah, sind wir eh schon fertig. Und dann machen wir hier Punkt Punkt 2 Genau, und jetzt schauen wir hier nochmal kurz alles rein, was reinpasst, ansonsten nehmen wir kurz das hier noch her, beziehungsweise das ist jetzt hier noch schnell, und auch auf die Gefahr hin, dass wir trotzdem sterben werden, esse ich doch kurz einen, äh, äh, esse ich noch kurz einen Apfel, so, jetzt hier sollte zu sein, so, und jetzt muss es normalerweise so sein, dass ich, wenn ich hier Cam Start 30 S Ah, scheiße, ist verpackt, ist ein bisschen arg verpackt, leider. Home 2 Scheiße, Cam Stop Ich weiß leider nicht, wie ich das machen soll, irgendwie will der das nicht so ganz, Cam Start, probieren wir es mal mit nur 10 Sekunden, funktioniert auch nicht, Cam Stop Hmm Machen wir nochmal Cam Clear, probieren wir es nochmal hier, wenn ich jetzt hier, brauchen wir uns mal kurz einen Sandblock müsste eigentlich reichen nur zum ausprobieren ob es überhaupt hier auf dem Server geht oder ob das eben total verpackt ist CamClear ich weiß nicht, haben wir es schon gemacht, oder? Genau ähm dann machen wir hier P und machen hier wieder P und ungefähr hier sind wir gestartet Cam Start 30S S ja äh, ne ich schätze oder ich befürchte, dass das ganze als Fliegen angezeigt wird und es deshalb auf dem Server nicht funktioniert seht ihr selber wie sehr slackt also kann ich das hier leider nicht irgendwie so einbauen, dass es dann als Intro funktioniert ne Cam Stop Funktioniert also nichts Cam Clear das heißt, ich kann hier auf keinen Fall diesen Mod leider verwenden das heißt, ich muss mir hier das irgendwie anders zusammensuchen ich könnte mich hochbauen ich könnte mich hochbauen das Problem ist hmmm hm 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 wegen dem Sterben her ich will halt ein neues Intro für das Together haben am besten hier von der Umgebung weißt du was, ich glaub ich mach's einfach ganz einfach ich baue mich einfach hier nochmal, was weiß ich 40, 50 Blöcke hoch man macht dann einfach nur so das müsst ihr eigentlich drauf haben ja irgendwie so probieren wir es nochmal also schauen wir mal so und da bin ich wieder und ich glaub ich hab's ich glaub ich hab's ähm äh ich hab's gerade eben schon ausprobiert und es hat eigentlich ganz gut funktioniert das heißt wir probieren es einfach nochmal aufnehmen tun wir schon das heißt so würde das Ganze dann aussehen hier quasi gehen wir dann quasi von oben runter und dann wird eben hier irgendwo ein Schriftzug eingeblendet und fertig aber mir gefällt das von hinten noch nicht so ganz das heißt wir machen das nochmal Cam Clear vielleicht gehen wir von der anderen Seite rein ich weiß es nicht vielleicht lieber so ne aber da hinten gehört ein Haus hin das ist eigentlich das Schade das das Traurige ich weiß nicht ob das geht wenn ich hier wenn wir hier machen wir mal P und nah hat drehen wir uns so rüber und wenn ich jetzt Cam Cam Start 10 S mach naja dann dreht er sich oben äh unten rum hm was vielleicht auch gar nicht mal so schlecht wäre ich nehme es mal nur so für falls ich es verwenden möchte nehme ich es quasi mal hier kurz ohne Text und so weiter auf dann habe ich es nämlich dann kann ich es mehr rausschneiden andernfalls würde ich sagen wir machen nochmal Cam Clear und wenn ich jetzt das nämlich hier quasi dann so mache so irgendwie wie sieht es aus so und dann mache ich P dann gehe ich so hoch dann gehe ich so hoch und dann gehen wir es so hoch wenn ich jetzt nochmal Cam Start 10 S mache dann würden wir hier so einen ziemlich komisch geformten Buckel haben und Ewigkeiten die Luft sehen 5S vielleicht schon eher Cam Clear hier F1 ich probiere es einfach mal nur nochmal mit es soll nicht schon wieder runtergehen na scheiße P P F1 Cam Start 5S genau und ich glaube wenn wir das dann so drauf stehen lassen und dann eben im Hintergrund die Sonne ist und dann so 10 Sekunden lang ist oder so ich glaube das jetzt zum Schluss nehme ich ja ich schaue es mal wie es so zum Edden geht 6S 5S 6S 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 8S 11 11 12 Untertitelung des ZDF, 2020